Was ist der Nationalsport hier so? Nationalsport ist Fußball eigentlich. Also Fußball wird gern gespielt. Zu dieser Zeit zum Beispiel abends, nachmittags, wird auch schon viel gespielt bei uns. Vielleicht werden wir welche sehen, wenn wir dann am Fußballfeld vorbei fahren, wird auch gespielt. Aber so eine Mannschaft so international ist es nicht, oder? Ich kenne mich da nicht so aus. Fußball? Ja, nein, international. Die sind ja nie zu einer großen Meisterschaft gekommen oder schaffen konnten. Ja, wir sind zu klein, vielleicht gegenüber Europäern, dass wir nicht so schnell laufen können oder rennen können beim Spielen. Ja, ist ja auch, glaube ich, die Auswahl. Die kaufen ja überall her, die Leute. Die haben ja solche Scouts. Ich denke mal, wenn hier einer aus Blombok lebt, der Talent hat, den nehmen die auch nach Deutschland. Oh ja. Das ist einfach nur eine Talentsuche eigentlich. Ja, sicher. Wenn man wirklich das schafft, dann wird man... Da stellt ja viel Geld dahinter. Ja, dann wird man wirklich reich, ja? Ja, ja, definitiv. Das ist ja unnormal. Das ist schon unnormal. Ja. Was sie verdient, das ist schon... Keine Ahnung. Ja. Das spielt Geld überhaupt keine Rolle dann, ja, im Leben, ja. Das heißt, hat man schon das alles, ja. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt schon an der Hauptstraße im Osten hier. Deswegen ist es dann schon so viel los jetzt hier, also viel Verkehr. Und diese Straße einfach verbindet West und Ost, ja. Also verbindet West und Ost, ja, von der Insel. Und durch die Straße hier fahren auch schon große Bussen, LKWs, die zum Beispiel Sachen befördern, ja. Also nach Osten zum Beispiel bis nach Flores hin zum Beispiel, ja. Werden Autos befördert oder vielleicht Roller zum Beispiel, ja. Da werden Roller die ganze Zeit hier von Jakarta nach Osten befördert, ja. Also mit LKWs, ja. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag viele LKWs, ja. Ich suche gerade so einen Apotheker hier, also vielleicht gibt es dann hier diese Bokashi hier. Vielleicht ist dann hier ein Apotheker offen. Ja. Wir gehen kurz rein, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ja eigentlich so Kekse für euch gekauft heute Morgen, das schmeckt auch schon sehr gut. Süß? Ein bisschen, kannst du probieren. Bisschen Salz? Ein bisschen salzig. Aber mankostin ist nicht Passionsfrucht, nein? Nein, Passionsfrucht ist wieder eine andere Frucht. Ja, die liebe ich sehr. Ich muss unbedingt mankostin probieren hier, ich weiß nicht was das ist. Das sind ja doch die Durian. Ja, machen eben, genau. Hast du nicht probiert oder willst du nicht? Nein, Durian probiere ich nicht, das schmeckt mir zu sehr. Budo hat gesagt, wenn du das isst, dann kannst du nicht immer im Auto mitfahren, hat er gesagt. Dich, ja, die drin sind, die drin sind rein. Und dann kann ich dich nicht mehr anpassen, aber ich will jetzt nicht mehr, von mir etwas Bescheid. Das ist ja das Buch. Ich war mit ihr, das Schädel, wenn wir jetzt nicht mehr auf uns preocupieren. Das war das Buch zu gehen. Ich warte. Ich will euch das Buch. Und lass mich z危機, werfe, alle bei uns entspricht. Ich wollte das Buch.